Hattet ihr mal Geschlechtsverkehr? Nee, du auch nicht, oder? Was ist das? Ich hab nur ne Viber gefickt. Würdest du bei ihr? Was? Was würden? Ich weiß ganz genau. Ja, weiß ich nicht genau. Weißt du, was er meint? Ja, hä? Ihr habt beide gesagt, ihr beantwortet alles. Ja, Bro. Beantworte ich. Und zwar es geht um Füße. Melli, hast du weisse Fußsäge? Ja. Okay. Hat Melli ein Maus-Pet bekommen? Hab ich ein Maus-Pet bekommen? Hab ich Nudes bekommen? Ey, das war Wahnsinn. Eine Frage noch. Melli, würdest du sagen, du bist ne Baddie or not? Nee. Wie? Du würdest nicht sagen, dass du ne Baddie bist? Ja, warum bin ich so scheiße nervös? Ah! Oh mein Gott. Was geht? Eine Frage, go. Wie viel kostet dein Setup? Nicht viel, ich würde sagen so 4K. Nicht viel. Würdest du Melli on-stream küssen, wenn ihr damit Krebs für immer heilen würdet? Safe nicht, Bro. Safe nicht. Du schon? Ja. Die sollen weiterhin ihr Ding machen. Shoutouts an die, gute Besserung. Hast du ihr jetzt endlich Backshots gegeben? Haha! Das ist crazy! Das ist mein Cutter. Ich zeig's ihr dann später. Würdest du sagen, das ist ein Kompliment, wenn ich zu dir sage, ich würd dich gern ziehen? Ja. Ja? Ich würd dich schon gern ziehen. Ich weiß. Okay! 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 That was great, yeah! Sagst du doch jetzt nicht zum ersten Mal, hä? Was? Nein, das hab ich doch nie gesagt! Ich schwör auf alles! Ich hab's doch doch nie gesagt! Nein! Ja, 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 ja! Ich mach einer, da hab ich unten gesagt! Wenn ich den jetzt treffe, küssen wir uns. Okay, rein theoretisch. Würdest du mich optisch anziehen finden? Okay, kotzen ist was crazy! Kannst du ihn davor ablecken? Okay. Okay. Da wird einer zu wild, Entschuldigung. Oh mein Gott, wir haben einen Samen! Reda, ich wollte... Okay! Sie ist einer, Melly's, also Real Talk war es jetzt, sie ist echt einer der wenigen so, so Leute, die ich kennengelernt hab, außerhalb jetzt so von meinem privaten Freund, die so wirklich korrekt ist, so. So, die sich so actually nicht anfühlt, wie so eine, so eine Influencer-Freundschaft oder so Beziehung oder so, also jetzt nicht Beziehung, also Beziehung heißt ja nicht nur, ihr wisst ja, was ich mein. So, es fühlt sich echt an wie eine Person, mit der man befreundet ist, so weißt du? Danke. Stell dir mal vor, du bist der einzige aus deiner Freundschaft, der komplett crazy Pornos gucken kann. Ich hab da eh ne Vor-Euer-Brille. Habt ihr schon mal mit Vor-Euer-Brille? Schaut. Ja. Ja, ich auch. Das ist echt krass, aber. Ich hab sogar so ein Abos, also ich zahl' Geld dafür, dass ich... ... die Karte... Na, was geht? Okay, nein, nein. Ich rede da sogar zurück und so. Er sagt so, Daddy, er sagt so, ja, please make me up. Ja, ich rede mit der dann. Du redest mit dem Porno. Wenn schon, denn schon. Mal vorher, ja? Where do you wanna go? When you move. What the f- Ich find... Ich find... Äh... Ja, ich kann reden. Irgendwas mit dem... Ich glaub, wir haben die Tante... Tante... Shanti. Ich bin Tante Shanti, ja. Flipp. Markier mich gerne auf Instagram, at Tante Shanti. Okay. Passt, danke überhaupt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.